In dem Moment, wo ich das wieder krieg, landen wir da. Oh, hier liegt keine Waffe. Geil. Und hier liegt eine Waffe bei dem. Der hätte mal weiter fliegen können. Ja, der ist genockt. Schöne Granate, wer auch immer die geworfen hat. Der Smog bringt nicht so viel. Die Gegner fliegen gerade tendenziell weg. Ne, ne, fliegen sie nicht. Die wollen sich hier oben wiederbeleben. Oh, nett. Allein. Oh, da ist Ruf. Müssen nicht alle tot sein hier oben. Löö. Haben wir gerade alle einen Kiel gemacht? Nö, ich nicht. Oh, okay. Ich habe los, die Leute gepuncht und die habe die dann gefinisht. Ich habe eine Alternator. Da unten liegt noch eine Mosambik, wenn wer will. Da muss ich das direkt hingehen. Konnte schwere Munition haben von EGD. Ich habe keine schwere Munition übrig. Ja, habe ich 20. Kann ich dir geben. Ich glaube, hier unten lag noch irgendwo schwere Muni, oder nicht? Ne, hat jemand alles aufgestopft. Ansonsten habe ich noch Shotgun. Was für die Shotgun? Nö, alles leer hier unten. Lass mal rausspringen. Wer hat der Mosambik? Lass mal rausspringen hier. Woher? Hier ist direkt Loot unter uns. Laufender Loot? Nee. Oh, langweilig. Hat noch jemand kleine Health Kits? Also hier die Siren. Nein, gerade nicht. Wunderbar groß ist, das war auch kurz. Wenn irgendwo... Oh, warte, irgendwann ist ein Gegner. Da war ein Gegner, EGWO. Da drinnen, ein Gegner. Jo, logisch. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Oder wollte ihr jetzt wirklich da reinfighten? Wir haben... Wir haben kein... Wir haben kein volles Leben. Wir gehen zum Ballon. Wir gehen zum Ballon. Das ist so ein bisschen der Punkt. Wir haben kein volles Leben und ihr wolltet da reinfighten, oder was? Oh, warte mal. Ich renne gar nicht, ihr wisst in die andere Richtung. So, muss ich mir kurz heilen. Der Fight da drin ist vorbei. Fliegen wir dann nach Süden. Noch ein bisschen den Wald looten. Also irgendwo da hin. Ja, ja. So, die Richtung. Da kann man auch noch... Gehen da vom Schiff drauf übrigens. Ja, das Schiff ist ja eh leer, von daher scheiß drauf. Gehen da vom Schiff drauf. Sollen sie auf dem Schiff stehen, wenn es ihnen hilft. Hier ist übrigens Heavy ammo. Ja, hör auf kurz. Extended heavy mag here. Level 3. Jetzt gefällt mir das langsam hier. Das hatte ich eventuell schon die ganze Zeit mit dem Inventar. Ich habe es selber nur nicht gegeben. Danke. Danke. Ich habe auf den passenden Moment gewartet, um mich vom Loot wegzuholen, den ich dann haben will. Awesome. Ich bin dann so ein richtiger Mate. Ich bin so ein richtiger Mate. Ähm. Ah. Halli, hallo Chris. Ja, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich habe gute Laune. Insgesamt. Ich habe nur heute verpennt, übeste Soße, aber ansonsten geht es ganz gut. Ach. War zwei, drei Stunden zu spät zur Arbeit. Das hat noch niemandem geschadet. Ich bin gar nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ach, jetzt ist es so spät. Das lohnt sich auch. Ich bin so ungefähr. Ich wollte halt um 10 auf Arbeit sein. Ich bin um 12.30 Uhr ungefähr aufgewacht. gusto. Scho? Nee. Mann. Verdi's sniper. Ob nicht will ich mich greifen. Kann mir die werden mitnehmen? Äh. Äh, nö. Ich muss ja nicht zweifelig glaube ich heute zur Arbeit gehen. Das ist so wissende Punkt. auch nicht aber hier oben liegt nur die motion mit turbo ich habe es nicht gehabt es war irgendwo hinter uns ja irgendwo in die gegen nee aber das ist trotzdem vorhin gefragt also in welche richtung werte wir uns richtung ich immer richtung zone würde ich sagen also relativ schauer wie war es denn bei dir chris wie war denn dein tag wollte halt um um zehn uhr spät auf arbeit sein wir haben 12 30 aufgewacht und das irgendwie das lohnt sich jetzt auch nicht mehr wieso hättest du arbeiten müssen arbeiten müssen wir halt schon zehn uhr ist bei uns ab zehn uhr ist bei uns kann arbeitszeit da muss ich da sein tatsächlich soll ich da dann aber ich bin halt werkstudent das ist nicht ganz so kritisch bei mir wir laufen nach hinten weg die laufen nach hinten weg die laufen nach hinten weg die auf die entfernung töten die sowieso nicht dass du bist in der punkt da ist noch einer glaube ich dir nicht okay haben die irgendwo ein barrel mod liegen lassen kommt schon hier sind tote menschen also ich habe das vielleicht ein bisschen viel ich kann dir nichts geben vielen dank ich könnte noch ein bisschen mehr geben gleich ein bisschen was meine wingman aufbauen ich brauche die ammo ich habe eine longbow ich habe keine longbow du bist aber erst mal selber zu sagen alles klar chris danke für sein schon auf jeden fall wünsche dann viel erfolg das ist besser läuft das bei uns gerade wir machen irgendwie übelst viel scheiße nein das ist keine scheiße das ist ein professionelles gameplay wir sind einfach nur unfähig professioneller bullshit ein der dinge easy meine muni oh guck mal jetzt habe ich 15 schuss übrig ich würde übrigens nochmal nach links zum market gehen ja rechts ist der gegner durch übrigens mir egal ich will da hoch wegen dem in dem komischen bieten auf dem dach ich hoffe noch ein bisschen ammo ach nö hier waren gerade gegen so hier ammo für dich vor 30 sekunden sind hier leute reingegangen als sie hier wahrscheinlich noch drehen das war's mit der tür nicht wenn ich da drauf bin ja die sind da hinten da ich bin gefreitet wollen wir hier hin gleich ich will nur hier noch beacon 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 it's zipline time get ready it's rewind time ich finde den rewind von 10.000 mal besser ja war wirklich es ist einfach es ist einfach mehr internet als in den letzten 20 sekunden scheitere gerade hier dran eine leine hoch zu klettern würde ich noch gerne um die ecke gehen wollen oder mit fighten und nicht warten bis die hier sich zurück versuchen zu ziehen wir können ja rein theoretisch weiß nicht wenn ich die ecke sprechen könnte also ich hab da schon zwei lauten ordentlich gegeben ja da sind gegner also wir sollten hier nicht weiter reingehen tatsächlich bin ich der meinung das problem ist das portal in unserem rücken weg das wäre was wir sie gerne wissen würde ja das portal in unserem rücken ist weg und die haben sich übrigens verzogen die haben erst aufeinander geschossen habe ich auf jeden mal zwei schüsse gegeben und dann haben sie gesagt okay dann schließt man nicht mehr aufeinander eventuell war eins davon ein headshot bei dem einen und dann hat er gedacht naja mama ich mag nicht mehr können wir uns wieder ulten wenn wir da schnell pushen wollen oh ja Ben zieh dich ein stück zurück du bist ganz weit vorne okay jetzt spielt er defensiv vorhin sind wir die ganze zeit rein jetzt spielt er super defensiv ich bin ultra-toxisch ey wir halten die ja schon auf den stand wenn sie rankommen dann knölen wir sie wenn sie rankommen dann knölen wir sie jeet gehen wir hoch wow da da die sind da drüben ich bin super low mama ich muss in die zone und mich dann heilen also ich kann nicht mehr mitfighten ihr seid nur zu zweit los ich habe hier vor uns einen genockt und da war der drüben oh ich denke ich bin genau der Weg Die laufen noch weiter links rum, ne? Ja. Ich höre dich, Schatz. Genauso wie ganz viele Leute aus Ben's Stream, die mich jetzt hören, wie ich mit dir rede. Nur dich. Nur dich. Was ist da hinten? Gehören die nicht dich, Schatz, sondern mich, wie ich mit dir rede. Ist ein Market reingelaufen? Hallo Welt von Fenn. Ah, das sind zwei genockte. Okay. Die ist dort drauf. Schau mal, dass wir nicht von ihnen geflankt werden. Da drin. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr durch die Aktion. Da ist eine Leiche. Was mache ich hier gerade? Oh, mein Kill mit 14 damage. Achso. 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 Ah, nice. Danke für den Freakill. Ich bin jetzt hier. Oh, mein Gott. Ich bin jetzt hier. 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 Das wäre mal ein bisschen. Das wäre ruhig. noch mal ein knüppeln es ist der braucht das der hinterste von denen ich kann für nichts geht und kann kleine maximal 20 und schließt denn du alles ohne zu skopen würde fast wieder sagen um knochen oben wäre meine vermutung oder da wo der job kommt das ist ein word drop das ist nicht safe dass die da sind oder halt da wo der block kommt wollen wir richtung wird trotzdem wir müssen trotzdem gehen wegen der zone wir müssen sowieso dahin das kann doch wohl noch sein schwere munizie ich würde hier durchgehen da 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 ist einer dran wir sind wo war es ach die waren da oben dran ja fliegen gerade es ist nicht ganz so schlimm als paar freunde kommen wieder locker drauf ich frage ob sie uns hier sehen wie wir hier ankommen wow sie sehen uns sie sehen uns sie sehen uns oh nein bei mir klaus da dran kommt push winzern push winzern und die ulti kommt von ja auch und hier ist auch noch jemand ich wurde direkt von der wingman wieder gehalten zweimal gehad schon war tot ausnehmen einfach ich meine ich habe auch ein headshot gemacht auch ein fast genug ist gerade ich meine hier fucking kills 680 es ist auch normal 600 der menschen zwei kills ja relativ normal zumindest zumindest